Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute erkläre ich euch, wie ihr seht, ob der Livestream online ist oder offline, wie ihr in den Livestream kommt und natürlich das Wichtigste für euch, wie ihr euch im Chat anmelden könnt. Wir fangen einfach mal an mit dem Livestream online oder offline. Und zwar seht ihr hier in meinem Kanal diesen wunderschönen roten Livestream offline. Wenn der Livestream online ist, dann ist das Zeichen grün. Das heißt, ein grünes Zeichen heißt, der Livestream ist online. Ganz einfach. Ist dort ein grünes Zeichen, dann geht ihr hier auf diesen Link, alternativ auch auf diesen Link hier und ihr gelangt automatisch in den Livestream. Ich habe da schon mal was vorbereitet und wir sind gerade drin. Das ist jetzt das Bild, was ihr bekommt, wenn ihr auf diese Seite geht. Natürlich ist diese Show momentan noch offline, aber die wird gleich online gehen. Beziehungsweise zum nächsten Livestream-Termin. Jetzt wollt ihr natürlich hier im Chat schreiben, wie funktioniert das Ganze. Ihr klickt ins Feld und sucht euch einen Nickname aus. Der Nickname sollte genauso sein, wie ihr auch auf YouTube heißt. Das heißt, euren YouTube-Account. Und da ich mich natürlich schon angemeldet habe, muss ich mich jetzt anders nennen. Ich nenne mich jetzt einfach Gutscheincode. Gutscheincode. So. Jetzt seid ihr erstmal schon im Chat drin. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Besonderen. Wenn ihr jetzt hier eine Nachricht schreibt, dann steht da drunter Cannot Send to Channel. So. Was heißt das? Ihr könnt momentan nicht schreiben. Momentan sind da schon ein paar Leute drin. Das heißt, ihr geht auf meinen Kanal und klickt auf den unteren Link. Livestream-Chat, Anleitung, um im Chat zu schreiben. Dort klickt ihr drauf. Ich hab da auch mal was vorbereitet. Da sind wir jetzt. Da kommt ihr auf diese Seite. Eigentlich müsstet ihr das alles hier durchlesen, aber ich erkläre es euch. Ihr geht hin und kopiert diesen Link mit STRG-C, könnt ihr das kopieren, oder mit Rechtsklick kopieren. Hüpft wieder auf die Livestream-Seite und fügt das Ganze ein. So. Jetzt müsst ihr zweimal diesen user.atmail.de löschen und tragt da eure E-Mail-Adresse ein. Ich hab da mal eine vorbereitet. kumanio.krieger.atw.cmdkrieger.atweb.de Dazu ein Leerzeichen dazwischen. Und nochmal. Das heißt, ihr schreibt slash msg-Leerzeichen. Großes Q-Leerzeichen. Hello-Leerzeichen. Zweimal eure E-Mail-Adresse mit einem Leerzeichen dazwischen. Das Ganze schickt ihr ab. Jetzt wurde der Account erstellt und ihr habt in eurem E-Mail-Postfach eine Nachricht. Da hüpfen wir jetzt mal rein. Gucken wir mal, ob die schon da ist. Natürlich noch nicht. Neue E-Mails. Da ist sie. So, von Q-Bot Quacknet.org So, dann klickt ihr hier auf den Link. Ich mach das ganz jetzt einfach mal. Und müsst hier dieses wunderschöne Capture-It. Das ist so ein Scheiß, sage ich euch. Ähm, äh, perro. Necessary. Ab der Fisch. Und jetzt habt ihr hier einen schwarzen, ja, einen Punkt, den kopiert ihr einfach. Und das ist ab sofort euer Passwort. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr in den Chat kommen wollt, müsst ihr das Ganze hier eintragen. So, und schon könnt ihr schreiben. So, jetzt schreibe ich mal, hey, ich bin Cigay und mache eine Anleitung, um im Chat zu schreiben. So, und automatisch steht dann hier euer Text. Ihr könnt alternativ mit Slash, Nick, Leerzeichen und dann neuer Name, einen neuen Namen noch eintragen. Dann steht dann halt Gutscheincode has changed Nick to neuer Name. Aber, der Name, mit dem ihr, das war für mich eben der Gutscheincode, euch angemeldet habt, mit dem müsst ihr euch immer weiter anmelden. Das heißt, das ist quasi euer registrierter Name. Den könnt ihr nachher umbenennen. Aber immer müsst ihr euch mit dem alten, erstmalig registrierten Namen anmelden. So. Und, ähm, ich denke, es war gar nicht so schwer. Ich denke, es kann, glaube ich, jetzt jeder. Ja, versucht nicht, mir den Nick zu klauen, weil der Nick ist, äh, ja, gebannt. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger und wir sehen uns gleich im Livestream.